Wilhelm Busch – Der Lohn einer guten Tat Eine wahre Geschichte Wenn man von dem Lohn der Tugend hin und wieder was erfährt, so ist das im Allgemeinen jedenfalls nur wünschenswert. Aber sowas kann mich ärgern, wenn man in der Zeitung sieht, was dem Johann Luenica für sein gutes Werk geschieht. Von Geburt aus Leito Mischel, Handwerksbursche von Mietje, kam er auch auf seiner Reise einst an einen großen See. Plötzlich sieht er einen Knaben, welcher etwa 13 Jahre und, nachdem er sich gebadet, eben beim Ertrinken war. Dieses kann Johann nicht leiden, stürzt sich mutig in die Flut, fasst das Kind beim linken Beine, aber ach, verliert den Hut. Erst jedoch, nachdem er alle Rettungsmittel angewandt, fühlt er mittelst seiner Hände, dass er seinen Hut nicht fand. Unbemittelt und vertrauend auf das Werk, das er getan, hält er bei der Ortsgemeinde höflich um Belohnung an. Hier nimmt man das Anersuchen auch sogleich zu Protokoll und berichtet an das Kreisamt, wie man sich verhalten soll. Von dem Kreisamt schreibt man wieder und der Brave ist schon froh. Aber groß war sein Erstaunen, denn die Antwort lautet so. Erstens, da der Luenica schwimmen kann, so ist es klar, dass sein Leben bei der Sache nicht besonders in Gefahr. Drum, nach reiflichem Bedenken, lautet unser Amtsbeschluss, dass die fragliche Belohnung jedenfalls von Überfluss. Zweitens, hat der Luenica sein Ersuchen eingeschickt, ohne das, wie es gesetzlich ihm ein Stempel aufgedrückt. Drum, nach reiflichem Bedenken, lautet unser Amtsbeschluss, dass er 72 Kreuzer Stempeltaxe zahlen muss. Ja, so lautet die Erkenntnis, zahlen muss der junge Mann, ob ihm gleich von jedem Auge eine stille Träne ran. Und wir fragen uns im Stillen, wozu nützt die gute Tat, wenn ein tugendsamer Jüngling obendrein noch Kosten hat? Ja, so lautet die Erkenntnis,